Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper, dem Heim- und Handwerkersimulator und neuerdings auch Gartenflipper genannt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir sind nach wie vor unterwegs bei unserem kleinen Familienhaus und haben in der letzten Folge diesen schönen Spielplatz gebaut. Der hat euch sehr gut gefallen. Vielen Dank nochmal dafür, für die ganzen Däumchen und für auch die ganzen Kommentare. Den Baum können wir euch da stehen lassen. Den wollen wir nicht fällen. So, Zeit um uns ja ein bisschen hier um das gesamte Drumherum so ein bisschen zu kümmern. Wir wollen ja auf jeden Fall auch noch ein paar Bäume platzieren. Wir schauen mal, wo wir das machen werden. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Wir gucken mal auf die andere Seite. Schauen hier mal kurz vorbei. So, hier können wir auf jeden Fall auch ein bisschen was machen. Dass wir hier noch so ein paar Bäume pflanzen. So ein paar schicke Apfelbäume. Und dann vielleicht hier vorne. Das könnten wir absperren. Wir haben so einen weißen Zaun, dass wir hier vielleicht ein bisschen was absperren können. Wir schauen mal kurz. Zäune. So war es hier. Jetzt kaufen. Zack. Ich würde sagen, das machen wir mal hier so dran. Dann stellen wir den hier auch mal hin. Kurz gucken. Dass das hier soweit passt. Zack. Das müsste, glaube ich, komplett passen, oder? Nicht ganz. Müssen wir mal so ein kleines Stück hier raussuchen. Kleinen Moment. Gut. Ich würde sagen, das vielleicht hier. Das passt aber nicht ganz. Das ist wieder fatal hier. So müsste wirklich gerade sein, ne? Aber trotzdem haben wir dann noch ein kleines Stück. Das mit dem Zäun ist nämlich immer echt hier so ein richtiges Gefriemel. Das passt meistens dann immer nicht, ne? Wir könnten mal gucken, dass wir vielleicht jetzt hier die kleineren Teile verwenden. So. Kaufe viele. Vielleicht passt das ja. Aber ich denke mal auch wieder nicht, ne? Nö. Warum sollte das denn auch passen? Das wäre ja... Wäre ja ätzend. So. Zack, zack. Warum sollte das denn alles passen? Das wäre doch viel, viel zu einfach. So, warte mal. Können wir das mal kurz hier hinpacken. Das packen wir mal da hin. Wir können erst mal das nehmen, was wir haben. Wo es das Problem ist... Was wahrscheinlich nicht ganz gerade hinpasst, ne? Gucken wir mal den großen. So, und dann müsste eigentlich das Teil jetzt hier reinpassen. Passt das aber wieder nicht, ne? Man sieht es. Vielleicht ja das Kleine hier. Ja, aber der Rest, der passt wieder hier nicht hin. Wobei, wir hätten, glaube ich, auch noch die Flöcke. Dass wir da hier noch so einen Stapel hinbauen können, ne? Da ist er doch. Das sollte dann ausreichen. So. Dann ist er fast zu. Das passt auf jeden Fall soweit. Hier kann man dann auf jeden Fall nicht durchgehen. Soll man nämlich auch nicht. Dann haben wir das schon mal zu. Können wir hier mal so ein paar Bäume pflanzen. Und würden dann hier... Später dann nochmal... Also ein bisschen was anderes anbauen, ne? Hier so ein kleines Beet oder irgendwie sowas. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir pflanzen erst mal ein paar Äpfelbäume hier. So, pflanzen. Wo waren das nochmal? Ziergräser, tropisch, Rabatte, ne? Laub, Nutz, Nutzbäume. So, Champignon. Ich würde sagen, wir haben sie so einen kleinen Pflaumenbaum. Irgendwie nicht, ne? Vielleicht so einen großen. Hier vielleicht so einen Pflaumenbaum. Da vielleicht nochmal einen hin. Und vielleicht noch ein bisschen was wechseln. Jetzt haben wir hier noch... Vielleicht einen großen Birnbaum noch. So zwei Stück. Hier so ein bisschen versetzt vielleicht. Da könnten wir da noch einen anderen Baum vielleicht hinpacken. Schauen wir mal. Vielleicht so ein großer Kirschbaum hier. Guck mal, den kriegen wir da noch hin. So, ein paar Bäume. Zack. Wir werden jetzt erst mal hier soweit alles einpflanzen. Ein paar Löcher buddeln. Sieht hier schon mal ganz gut aus. So. Wollen wir mal kurz gucken. Können wir kurz ein Foto davon machen. Zack. Jetzt zurück zum Shop. So, weiter buddeln. Oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall echt viel zu tun immer hier. Bis wir die ganzen Sachen dann auch ausgehoben haben. Und so ein Garten braucht natürlich auch gut Weile. Gut Ding und gut Weile. So rum heißt es. So, das ist fertig. Der ist auch schon ausgebuddelt. Dann werden wir den hier auch nochmal ausbuddeln. So. Fertig. So, jetzt können wir die wieder reinsetzen hier. Was? Ist noch nicht fertig. Jetzt aber. So, das, das. So, dann werden wir das Ganze jetzt mit Erde bedecken. Das werden wir jetzt einmal bei allen machen. Und dann werden wir die noch einmal wässern. So. Haben wir hier ein bisschen Schatten doch geschaffen. Vielleicht auch ein bisschen für die Terrasse. Müssen wir mal gucken gleich. So. Einmal alles gießen hier. Sehr gut. So, dann haben wir das schon mal fertig. Haben jetzt hier so ein paar, ja, kleine Bäume noch gepflanzt. Können vielleicht hier noch so eine kleine... Wie heißen die jetzt hier diese... So eine Schaukel da rein platzieren. Und dann Möbel. Liegestühle. Warte mal, guck mal hier. Wo waren die denn nochmal? Ne, hier waren sie nicht. Und da Schmucke. Schau mal da mal. Wo war das denn jetzt? Okay. Sonstiges vielleicht. Ne, auch nicht. Ach, Erholung, glaube ich. Da, hier so eine Hängematte. Genau. Mir fiel das Wort gerade nicht ein. So eine schicke Hängematte. Schauen wir mal. Das kauft. Die wir dann hier so platzieren könnten, ne? Guck mal. So eine schöne Hängematte. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Wenn man die dann hier so platziert. Die passt zwar hier nicht genau zwischen. Das finde ich auch schade, dass man die jetzt nicht an den Bäumen dran passen kann. Aber es sieht halt optisch ein bisschen so aus, als würde die da genau hinpassen. Und das, denke ich mal, ist auf jeden Fall schon mal recht schön. So, dann brauchen wir vielleicht noch mal ein paar. Hier vielleicht noch so eine kleine Bank hin. Das wäre vielleicht auch noch mal schick. So, Möbel, Möbel, Möbel. So eine kleine Holzbank vielleicht. Schauen wir mal. Wo haben wir die denn? Bänke da. Ah, hier so eine kleine. Muss jetzt nicht so dunkel sein. Ich würde sagen, sowas hier. Die kann man nämlich schön hier zwischenbauen. Fupp. Ziehen wir die mal ein Stück vor. Da können wir hier vielleicht noch ein paar Platten hinpacken. So, Decken. Steinaggregat? Nee. So was hier vielleicht. Warte mal. Gehen wir da vielleicht so ein Muster hin. Ach, das geht wieder nicht. Da muss ich jetzt erst wieder... Hm. Okay. Gensteinplatte. Was haben wir denn noch für welche? Ich suche mal ein paar große raus. Vielleicht sowas hier. Wie viel brauchen wir denn da? Eins? Zwei sollten ausreichen. So, das packen wir mal weg hier. Dann werden wir die beiden mal ein bisschen platzieren hier. Können wir hier so den... Ja. Hier können wir die Bank so ein bisschen drauf platzieren. Das machen wir noch ein bisschen mittiger. So, guck mal. Sieht schon mal cool aus. So, dann brauchen wir noch ein bisschen was anderes. Und zwar... Ne, die Sachen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Kartentappe, Konstruktionen, Erholung. Ah, ich glaube, das war unter... Ne. Unter Sonstiges, glaube ich, ne? Ne, ist auch nicht das, was ich wollte. Wo war das denn? Schmucke? Ach, hier, genau. So ein schönes Vogelhäuschen noch. Was können wir da so ein bisschen platzieren? Ja, würde ich sagen. Dann packen wir hier noch ein paar Gehwegplatten hin. So, Decken, Sportdecken, nein. Steinaggregat, Steinwege. So, also mittlerer. Ich fahre dran, das ist jetzt was der. Ja, der war das. Genau, da können wir hier noch so ein paar Wege platzieren. So, das haben wir dann auch erledigt. Sehr gut. Ne, so eine kleine Ecke hier. So ein kleines Wohlfühlparadies. Da könnte man vielleicht hier auch noch ein bisschen was drumherum bauen. So ein paar Himbeersträucher oder sowas. Das wäre vielleicht auch noch eine schicke Investition. So ein paar Pflanzen, Nutz. Also ein paar Reben hier, ne? Buschtomaten, Himbeerstrauch. Gucken wir mal. Ach, die kann man direkt setzen. Okay. Muss man hier vielleicht so... Warte mal, wir drehen das mal. Ich glaube, das wirkt gut, ja. Ich glaube, das könnte passen. Jetzt machen wir mal kurz anders. Ich nehme mal kurz die Bank weg. Und dann können wir das nämlich besser setzen. So ein paar Himbeersträucher hier. Einfach hier so dran setzen. Vielleicht dann nochmal hier rum. Sieht so ganz schön aus. Wobei, das platziere ich nochmal ein bisschen rein. Dann können wir da auch noch eine platzieren. Das muss ich glaube ich drehen, ne? Ne. War schon richtig. So. Ein paar Himbeersträucher hier drumherum. Zack. Sauber. Würde ich sagen. Guck mal, es sieht schon schön idyllisch aus. Dann vielleicht noch hier so ein paar Lämmchen rein. Ne? Ist nicht verkehrt. So. Ein paar Lampen. Lampen, Lampen, Lampen. Und da waren die nochmal sonstiges. Ne. Ach doch, da waren sie doch. Lampen. Hier vielleicht so ein paar schöne Außenlampen. Guck mal, ob ich die jetzt nicht verkehrt finde. Klassische Solarlampe. Guck mal, wir nehmen die einfach. Ne, asiatische. Ne, das passt ja. Die ist ja nichts Asiatisches. Ist jetzt so. Hier stehende Solarlampe. Ne. Da sieht man ja gar nichts. Ähm. Hm. Kommen wir die jetzt doch. Ach, guck mal. Das sieht man gar nicht. Deswegen. Das könnten wir ja hier so noch platzieren. So ein bisschen Licht. Weil da in die Ecke passt halt nicht. So ein paar Lampen. Hier vielleicht so ein bisschen was. Weiß ja nicht, ob das. So. Da auch so ein bisschen Beleuchtung. Und vielleicht hier so. Das müsste eigentlich reichen, ne. Vielleicht hier hinter noch irgendwie sowas. Das sieht man dann nicht wirklich. Aber muss ja auch nicht unbedingt. Dass wir da so ein bisschen indirekte Beleuchtung haben, ne. Ich denke, das sollte auf jeden Fall schon mal ganz schön sein. Und dann vielleicht noch was anderes. Wir gucken mal. Was wir hier noch so unter Schmucke haben. Vielleicht hier noch so ein Blumenkübel. Nehmen wir mal hier so was. Ich glaube, das sollte man doch in der Farbe nehmen. Einfach auf der anderen Seite vielleicht. Ein bisschen mittig. So. Da vielleicht noch ein paar Blumenkäs rein. Und dann sollte es das reichen für so einen kleinen Erholz. Erholungsbereich. So. Rabatte brauchen wir auf jeden Fall. Sagen wir mal so rote hier. Kaufe viele. Können wir auch ein bisschen kombinieren hier. So. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch reinkriegen. Ich glaube, die gelben müssten noch gehen. Oder? Ne, natürlich nicht, ne. War klar. Ach doch, da gehen sie. Warte. Doch. Die gehen auf jeden Fall rein. Herrlich. So. Da haben wir noch ein paar Blumen hingepackt. Und dann sind wir damit auch fällig. Vielleicht haben wir hier noch, guck mal, hier haben wir noch so eine kleine Ecke. Da könnten wir vielleicht noch Schmucke. So eine schöne Strukturen oder was. Gewässer. Ach, guck mal hier. So eine Fontäne Paris. Vielleicht geht das ja. Guck mal, so einen kleinen Brunnen hier. Den wir da hinten hinpacken können. So. Ich würde sagen, Leute, das war es erstmal. Hier so ein kleiner Chillout-Bereich, den wir dementsprechend eingerichtet haben. Ein paar dementsprechende Birnbäume, Pflaumenbäume und Kirschenbäume haben wir platziert. So eine schöne Sitzecke hier. Schöne Liegeecke. Mit so einer schönen Hängematte. Kleines Vogelhäuser darf nicht fehlen. Ein bisschen Wasser ist, denke ich mal, auch ganz okay. Das werden wir jetzt noch einmal ein bisschen ausschmücken. Ich fühle mich gerade ein. Und zwar werden wir... Wo ist das Ganze hier? Da. Das Ganze nochmal mit ein bisschen Kies abrunden. So. Den wir einfach hier ein bisschen Kies drumrum ballern. So ein bisschen halt. Um das Ganze ein bisschen schicker zu machen. So. Dann machen wir hier nochmal so ein kleines Stück. Und jetzt haben wir es. So. Das haben wir soweit auch jetzt fertig. Ich denke, das sollte es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschüss. 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 Bye-bye, euer Huma